Kurz stretchen, ein kleiner Snack und los geht's. Sonic, ich find's super, dass du was bewirken willst. Wasser gegen weg, ich fahre. Aber du bist rücksichtslos. Keine Sorge, niemand wird verletzt. Du machst ja einen auf Batman. Der blaue Rächer, mein neuer Name. Du bist immer noch ein Kind. Vertrau mir, der Moment wird kommen, wenn deine Kräfte gebraucht werden. Aber nicht du willst den Moment aus, der Moment wählt dich aus. Ich hab voll die Gänsehaut gekriegt. Warte mal, hast du das von Oprah geklaut? Ist wieder da! Papa hat einen brandneuen Schnurrbart. Als ich weg war, hab ich die Quelle zu ultimativer Macht entdeckt. Das klingt mega. Das war seit Jahren auf meinem Wunschzettel. Ich hoffe, ich komm nicht zu spät. Sorry, wer bist du nochmal? Mein Name ist Tails. Okay, wir machen es wie folgt. Schritt 1 für Ärger sorgen. Schritt 2, ich hab keine Ahnung. Festhalten! War gar nicht mal so schlecht. Die Vorhersage für heute, die Abenteuerwahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Zurück an den Absender. Sieh's ein, du wirst niemals meine Kräfte besitzen. Seh ich aus, als bräuchte ich deine Kräfte? Wo? Sind meine Manieren? Sonic, darf ich vorstellen? Knuckles. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020